Und da halten sich zwei Ärzte, erzählt der eine. Heute haben wir einen bekommen, der hat alles. Syphilis, Herpes, Krebs, Cholera, Hepatitis. Kaum zu glauben. Der andere darauf, das ist ja schrecklich, was gebt ihr ihm denn? In der Früh bekommt er einen Toast, zum Mittag eine Pizza und abends ein Omelette. Und das soll helfen? Nee, aber das geht unter der Tür durch.